Hallo und herzlich willkommen zu Security Hole. Wir begeben uns heute in die Welt der Hacker und steigen jetzt einfach mal direkt hier ein. Da braucht jemand unsere Hilfe. Wird wohl verfolgt. Und die Übersetzung ist nicht immer perfekt, aber wir wissen, was gemeint ist. Und das ist offensichtlich kein Mensch, sondern irgendwas anderes. Ein Datenkonstrukt, wie es aussieht. Und da geht es auch schon los. Gesteuert wurde über WASD und Q&E natürlich. Q&E ist noch nicht freigegeben scheinbar. Machen wir mal so. Geschafft. Und direkt nochmal mit Q&E. Und das Spiel startet wirklich easy. Ihr seht das, das geht ganz gut und schnell. Das wird deutlich komplexer später. Und wir haben es geschafft. Wir müssen uns beeilen. Wird gemacht, Jeff. Hm, Antivirus ist nicht einverstanden. Okay, haben wir es dann mit einem Virus zu tun? Ja, wir glauben alle, es ist doch klar. Sieht so aus, als würden wir hier einem Virus helfen. Verkörpert durch die nette Lady hier rechts im Bild. In dem engen Anzug. So schnell wie möglich. Wir versuchen es natürlich. Wir haben jetzt ein Timelimit, wie es aussieht. Und schauen wir mal, dass wir das möglichst schnell machen. Easy peasy. Okay. Geschafft. Okay, das scheint so ein bisschen zeitabhängig zu sein, wie viele Punkte man dann dafür kriegt. Okay, hier haben wir noch eine Projektion von dem ganzen Gerät. So viele Hilfsmittel hier. Level 2 bestanden. Okay, den Antivirus-Scanner haben wir besiegt. Das war jetzt nicht so schwer. Nerven aufreibend. Okay. Persönlicher Rekord ist auch ganz nett. Man kann dann seine Rekorde hier direkt vergleichen. Mal sehen, wie gut ihr da seid. Okay, wir brauchen ein Passwort. Das heißt, wir müssen jetzt ein Passwort erraten. Okay, das Ding sieht so aus wie ein L. Da oben ist noch ein L. Dann klicken wir das an. Und wir haben tatsächlich das Richtige gefunden. Und direkt nochmal. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Hm, könnte es das hier unten sein? Das sieht man manchmal nicht direkt, wenn die sich schlecht drehen. Nee, das war das Falsche. Nächster Versuch. Jetzt sind wir früh gescheitert. Das ist ein Klotz. Sieht ziemlich nach dem hier aus. Korrekt. Das gab nur 30 Punkte. Wir sind eindeutig zu langsam gewesen. Okay. Will ich jetzt mal das da nehmen? Das gab schon deutlich mehr. Also das Ganze ist praktisch ein Puzzle-Game, wie ihr seht. Und auf jeden Fall super cool gemacht. Die Steuerung ist richtig genial. Ist sehr eingängig. Macht super viel Spaß. Und wir haben wieder geholfen. Man kommt da mit der Zeit in so einen Flow rein. Das ist ganz witzig. Macht wirklich Spaß, das Game. Oh, oh, töten. Den digitalen Tod hier. Okay. Sie will wohl rausfinden, wo sie herkommt. Und wir sollen ihr dabei helfen. Sie will ihren Vater finden. Den Programmierer wahrscheinlich. Und wir müssen hacken. Sie will zurück nach Hause. Sicherheitsstufen. Klingt spannend. Das versuchen wir. Jetzt haben wir einen Zeitbooster dazu bekommen. Okay. Sieht so aus, als müssten wir den benutzen. Da gibt es im Moment einen Bug, dass man das Game neu starten muss. Bei dieser Sequenz. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und jetzt haben wir auf jeden Fall noch einen Zeitbooster. Läuft auch ganz gut. Sieht schon ziemlich komplex aus, das Gerät. Das passt auch ganz gut so. Es wird dann immer schwieriger auch zu sehen, was hier eigentlich läuft. Da muss man dann die Kamera auch so ein bisschen nachstellen. Dass man das alles sofort sieht. Hm. Das ist doch schon schwieriger. So. Okay. Ich glaube, ich habe es. Perfekt. Gerade noch geschafft. Und. Da geht es weiter. Ich denke, die Story schaut ihr euch dann selber mal an. Die will ich jetzt gar nicht so viel spoilern. Ich finde es ganz nett auf jeden Fall. Und das Spiel macht wirklich. Also man kommt da in so einen Flow rein. Die Steuerung ist super cool. Und. Man macht es dann auch immer schneller. Das läuft dann immer besser. Das Tutorial haben wir ja jetzt geschafft. Yeah. Da kommt dann immer noch ein, zwei Teile. Kommt dann noch dazu. Dann wird das Gerät wieder noch ein bisschen komplexer. Und unsere Aufgabe ist einfach so schnell wie möglich, das da durchzuschießen. Ungefähr so. Das läuft eigentlich ganz gut. Das ist immer zufällig generiert. Das heißt, ihr werdet da wahrscheinlich nie irgendwas zweimal sehen. Und das macht die Sache dann auf jeden Fall spannend. Ähm. So passt es. Ganz gut. Habe mir doch gedacht. Wollte nicht sofort. Level 5 haben wir auch geschafft. Superspeed. Da waren wir sogar richtig schnell. Achievement. Nehmen wir gern mit. Supri heißt die nette Dame. Der helfen wir doch gerne aus. Korrekt. Das kann richtig schwierig sein, diese Schlüsselrätsel. Wenn die Dinge alle ähnlich aussehen. So wie hier jetzt nicht. Ich denke, das ist ziemlich klar. Aber manchmal sehen die alle wirklich gleich aus. Und dann muss man wirklich ganz genau hinschauen. Und das ist einfach purer Zufall. Wie kompliziert das dann eigentlich ist. Die sehen zum Beispiel halt ziemlich ähnlich aus. Aber ich denke, das ist das Ding. Ja. Passt. Wenn wir es hier versauen, müssen wir einfach von vorne anfangen. Ist auch kein Ding. Dann starten wir einfach wieder bei 1 von 4. Hm. Ich würde jetzt hier zu tendieren. Die sehen schon wieder ziemlich ähnlich aus. Ich denke, das ist das. Fehler. Okay. Dann müssen wir nochmal neu starten. Geschafft. Das war schon gar nicht mehr so einfach. Das ist einfach der Zufall. Der macht es entweder schwer oder leicht. Ich denke, ich mache ein bisschen weiter. Dann zeige ich euch noch so ein bisschen was vom Late Game. Und zeige euch mal, wie das aussieht. Falls ich überhaupt so weit komme. Das Ganze wird auf jeden Fall super spannend. Und wie gesagt, man kommt in so einen Flow rein. Mir macht das Spiel auf jeden Fall super viel Spaß. Ich kann es empfehlen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zuschauen. Also. Und ich wünsche euch noch ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Geht noch wirklich weiter, wie man sieht und das wird wirklich fordernd. Also hier habe ich schon ein bisschen rumprobiert und ich bin bis jetzt nur bis 3 von 30 gekommen. Ich habe jetzt auch schon über 2, 2,5 Stunden gespielt. Also da ist auf jeden Fall viel zu tun und ich denke, dass man hier für die letzten 3 sicher noch ein paar Stunden braucht, bis man die schafft. Wirklich fordernd, wirklich abwechslungsreich, hat wirklich Spaß gemacht und das Beste an der ganzen Sache. Ihr könnt euch euren Highscore in den globalen Bestenlisten anschauen. Und wir sind jetzt zum Beispiel bei Alma Mater auf Platz 9 gekommen. Super cool. Wir können uns alle Kapitel hier einzeln anschauen. Zum Beispiel können wir hier bei Lizard schauen. Da sind wir jetzt auf Platz 10 gekommen. Auch nicht schlecht. Schauen wir mal Overall. Sind wir da überhaupt schon mit drin? Ja, da sind wir schon mit drin. Auch auf Platz 10. Nicht schlecht. Wir sind noch gar nicht durch und trotzdem sind wir schon auf Platz 10. Also das wird zum Ende hin wirklich schwer. Auf jeden Fall hat es super viel Spaß gemacht. Ich kann das Spiel weiterempfehlen. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich ja demnächst hier mal abhängen. Okay, das war es dann soweit von mir. Wenn ihr demnächst mehr Game Reviews sehen wollt, dann lasst mir doch ein Like da, dass ich Bescheid weiß. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.